Moinsen Leute, ja ich nehme mal wieder ein kleines Video auf, weil Amnesia hatte ja ein paar Fehler im ersten Part, der zweite Part ist jetzt gerade hochgekommen, der dritte Part kommt heute Abend wieder und ja man sieht schon dort ist die Kamera absolut schrecklich, es stottert und hat ein Standbild andauernd, was daran liegt, dass meine Webcam irgendwie noch nicht richtig eingestellt ist, denn sie nimmt nur mit 12 FPS auf also man hat jetzt mit 12 FPS aufgenommen, was enorm wenig ist, wodurch es entweder hätte unsynchron werden müssen, so wie bei meinem ersten Versuch damals, Amnesia aufzunehmen, oder so wie ich es jetzt habe, dass halt Standbilder kommen. Ja, ich wollte euch nur sagen, dass ich das Problem behoben habe, ich habe mal ein bisschen rumgefragt, wie man das macht, und habe jetzt ein neues Aufnahmeprogramm für meine Webcam, mit der funktioniert das, ja gut, die Part sind halt jetzt schon abgedreht, ne, und ich mache gerade komische Gemassen mit meinem Mund, ne, in dieser L. Ja, auf jeden Fall wollte ich sagen, das nächste Mal, ich habe nie gerade in die Kamera, das ist ganz schlimm, sagen, dass das ab den nächsten Custom Stories erledigt ist, und ja, sonst wollte ich einfach nur sagen, dass heute noch Kid Icarus kommt, und zweimal Amnesia, also Kid Icarus und jetzt noch einmal Amnesia, weil einmal habe ich ja gerade schon aufgelacht. Jut, ähm, sonst gibt es noch was zu sagen, wenn ich gerade so ein Video mache, ja, ähm, ne, ne, eigentlich gibt es nichts mehr zu sagen. Ähm, doch, doch, ähm, es gibt bald ein Extra-Video, oder mehrere Extra-Videos mal, wo ich etwas vor der Kamera bin, wo ich ein bisschen labere und mir über ein paar Themen reden möchte, und es wird dann so in den nächsten Tagen kommen. Ähm, eher im Comedy-Bereich, und jetzt nicht irgendwie ernst ist, wie, ich höre mal mit dem Let's Playen auf. Ja, und jetzt freuen sich natürlich alle, nein, ähm, sondern eher so etwas etwas Lustigeres. Ähm, ja, gut, das wären die Infos, die es bis jetzt gibt. Na gut, ich hoffe, das Mikrofon von Mikrofon, das Mikrofon von der Webcam hat aufgenommen, weil ich habe jetzt nicht mit meinem normalen Mikrofon aufgenommen, und wenn nicht, dann lasse ich das Ganze nochmal rein. Von daher, entweder ihr seht jetzt dieses Video oder eins, wo ich das am Ende hier nicht sage. Von daher, ciao und bye-bye-bye-bye. Von daher, ciao. 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 Vielen Dank.